www.francis.de Aus dem Grund ist Chili gesund. Und Weinen ist auch gesund. Dass alle Götter Bescheid wissen. Es ist ein normaler Reinigungsprozess unserer Seele. Ganz normaler. Ich habe viel zu erzählen. Ich habe viel zu sagen. Ich warte auf den Moment. Jeder wartet auf den Moment. Laut den Koordinaten und den Sternen bin ich da, wo ich sein sollte. Ich habe die letzten Tage Es ist Dienstag 1.3. März. Ich habe vor längeren Tagen ein paar Tage nicht mehr Videos aufgenommen. Ich war ein bisschen beschäftigt, aber ich glaube, ich habe da schon was aufgenommen. Es müsste schon was geben. Und ja. Ich glaube, diesmal ist es 40 Minuten. Muss ich mal strecken. Ja, mal gar nichts. Da sitze ich ja drei Tage. Macht ja nichts. Ich danke. Ich danke meine Familie. Ich danke. Danke. Danke mein Vater. Ja. Ich habe mir das Leben selber ausgesucht. Meine Seele ist dort in Kasachstan gelandet. Danke meine Mama. Der Heiligen Medizinfrau. Meine Mutter. Danke mein Vater. Den starken Lichtkrieger. Ich danke den beiden. Für alles. Für alles. Ja. Mein kleiner Cousin. Sascha. Schöne Grüße. Ja, das mit dem Mortal Kombat Film. In Angur. Neuverfilmung. Haha. Witzig. Neuverfilmung. Ja. Deine eigene. Besser gesagt. Meine Version. Von diesem Kombat. Dir zu verfilmen. Ich weiß nicht. Ob es mal. So sag ich mal. Ich denke. Das wird sich irgendwie. Ergeben. Dass ich das tun kann. Ich kann auch. Nüsse mit. Städchen essen. Das ist nur eine Übungssache. Mernsache besser gesagt. I love to learn. İşte. Also. An my Barden. Ich hoffe. Diquer passt immer weiter. Nicht mich. Ich vers Hoce. Für alles. Ach so. Ich vers injectiere für ungefähr ... Bei Imoden. Ja, ich esse jetzt schon ganze 40 Minuten lang. Weiß ihr euch fragt, warum er so langsam ist. Ich esse schon immer so langsam, nicht immer. Es gab Momente, da ich nicht normal langsam gegessen habe, weil ich schon andere esse. Es gibt Götter, die hier wungrig auf der anderen Seite sind. Ich esse schon immer so langsam, nicht nur so langsam, nicht nur so langsam, nicht nur so langsam. Ich esse schon immer so langsam, nicht nur so langsam, nicht nur so langsam, nicht nur so langsam. Mmmmm. Schau. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Woh-hüh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Friede. Ich liebe euch.